So. Oder geht's hier durch? Komm mal her, komm. Haben wir den schon mal aus dem Weg geräumt? Nein, nein, bitte nicht. Kein Stromausfall. Shit. Oh, shit. Oh, oh, es ist soweit, Leute. Ich denke, jetzt wird's heftig. Oh, Mann. Wo ist er? Wo ist er? Was? Wo? Wo, wo? Vorne? Zurück! Ich hab doch keine Angst vor dir. Okay, den haben wir. Nochmal hier unten lang gehen. So. Waren wir hier vorne schon? Von dort sind wir gekommen. Okay. Einen netten Mitarbeiter haben wir hier schon mal ausgeschaltet. Oh, der hat aber auch Klingen. Schaut euch das mal an. Furchtbar. Und jetzt... Ist hier noch was? Da geht's auch noch hoch. Nein, wir schauen erstmal hier rein. Haben wir schon nachgeladen? Ja. Oh, was müssen wir... Oh, hier geht's noch weiter. Was müssen wir... Oh, hier geht's noch weiter. Was müssen wir... Was müssen wir denn hier alles machen? Shit, haut ab. Haut ab. Okay. Boah, was ist das denn hier für ein... Riesenabteil? Na, da haben wir ja einiges vor uns. Wo ging's jetzt? Ach, hier geht's nicht weiter. Okay, ich würd sagen, wir schauen einfach mal... Da müssen wir als erstes rein. Runterziehen. Was? So. Okay. Punkt 1 haben wir. Punkt 2. Hier. Ist hier? Da. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Komm! Aha! Ja... Hups! Hallo! Ich glaub der Typ hier drauf war zu schwer. Den schmeißen wir mal runter. So, tschüss! Gut, jetzt müssen wir das Teil hier wohl aktivieren. Tschüssi! Och, schöner Nebel. Ach du... Ach du, Kacke. Wir hatten da Hunger. Da oben. Was? Anhalten! Ach du Shit. Nachladen. Was ist das denn? Zurück! Ohohohoho! Mann, schlag den! Bam! Bam! Was? Wieso lebt er noch? Lad nach, lad nach. Komm schon. Boah! Ach, wir hätten noch darauf schießen können. Warte, dann schießen wir noch einmal rauf. Komm. Achso, ja, das hat auch nicht viel gebracht. Ich dachte, dann verschwinden hier zumindest die ganzen Körper, aber das war ja jetzt nicht so. Meine Güte, das ist ja eine Horrorbahn hier. So. Da geht's hoch, dann schauen wir aber erst mal hier. Komm, nimm mit. Was ist das hier jetzt? Audio-Lock? Wir hätten ihn nicht am Heben lassen sollen. Wir hätten ihn nicht am Heben lassen sollen. Halt die Klappe, Danvers. Klappe halten. Technisches Logbuch-Temper. Jemand hat die Treibstoffleitungen zum Hauptantrieb gekämpft und in dem Zug auch den Ventilen den Rest gegeben. Sie müssen repariert werden, bevor ich sie wieder eröffnen kann, aber uns läuft die Zeit davon. Bei ausgeschaltetem Antrieb wird der Orbitverfall in weniger als 10 Stunden anfangen. Ich verstehe nur nicht, wer das tun könnte. Wenn es einer dieser Unitology-Bastarde ist, drehe ich ihm den Hals um. Henderson sagte, sie würden kommen. Wir hätten ihn nicht leben lassen dürfen. Halt den Rand, Danvers. Und hilf mir mit den Werkzeugen. Tempel fort. Oh, mein Gott. Hier sind auch alle draufgegangen. Ja, haha. Sehr schön. Ein Knoten. Und etwas Geld. Und dann schauen wir nochmal hier rum. Naja, da unten war ja nichts mehr. Hier irgendwie... Ging's da vorne nicht auch noch, oder? Ne. Hab ich mich getäuscht. Hier müssen wir hoch. Das ist der einzige Weg. Was ist der denn hier für ein Geflacker? Hallo? Ey. Ähm. Hallo? Hallo? Tod? Ja. Oh, mein Gott. Äh. Was ist... Was ist denn hier passiert? Ja, da gehen wir am besten nicht rüber. Komm, wir rüsten das mal wieder aus. Das Impulsgewehr hier. Da haben wir so viele... Kugeln ja im Laufschema. Können wir nicht mitnehmen. Aber das können wir gleich machen. Denn wir aktivieren jetzt... Das einmal so. Und dann nehmen wir das Schema mit. Und dann machen wir hier eine... Pause. Und dann spielen wir nachher gleich weiter. Mein Gott, was für eine Geisterbahn hier. Neue Aufnahmesession hier bei Dead Space. Wir spielen wieder ein bisschen weiter. Und bevor der Horror gleich wieder richtig losgeht, eine kleine Information von mir an euch. Denn ihr habt es euch gewünscht, dass ich jetzt hier mal eine Playlist auf YouTube anlege. Und die... ja, die Zeit habe ich mir jetzt genommen. Und mal alle Folgen zusammengepackt. So, dass alle, die vielleicht jetzt ein bisschen später hier reingeschnuppert haben, auch eine richtig schöne Übersicht gleich vorfinden. Ansonsten natürlich einfach mal in unserem Forum vorbeischauen. Dort habt ihr dann auch alle einzelnen Folgen aufgelistet. Und könnt euch die dann nacheinander anschauen. Jetzt, was machen wir nun? Hier geht's hin. Anscheinend müssen wir das Teil aktivieren. Ups, was hatte ich... was war das denn? Ich wollte das da... Runter. Funksequenz aktiviert. Ausreichend Treibstoff, um Primärantrieb zu versorgen. Was immer Sie machen, es funktioniert, Einzell. Ich habe eine Treibstoffanzeige. Sie zeigt zwar sein Viertel an, aber es reicht, um wieder in den Orbit zu kommen, sobald Sie den Antrieb online haben. Verdammt was. Falscher Alarm. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Hoffentlich hat er nichts gesehen. Das wäre nicht so schön. Wobei... Ich denke mal, die Hoffnung, die wird gleich wieder verfliegen. Wo müssen wir denn? Wir müssen da wieder zurück. Aber ich traue dem Ganzen nicht. Lagst du vorhin auch schon hier? Waren hier nicht die letzten... Bei der letzten Aufnahme zerspiegelt... Oh Gott! Ah, Scheiße! Zurück! Oh, du böses Baby hier! Komm auf den Boden und Fußball! Oh, noch eins. Oh, so... Oh, Shit! Wer bist du denn? Hallöle! Oh, du stinkst! Hau ab! Ah, komm! Böse! Ich wollte doch gerade sagen, beim letzten Mal lagen doch hier noch so viele Leichen... Oh, da täusche ich mich da. Naja. Also, ich glaube, hier waren total viele Leichen. Jetzt sind hier... Böse Babys. So. Wir spielen natürlich mal wieder in der Nacht. Das... So gehört sich das natürlich. Und dementsprechend... Erschrecke ich mich auch richtig doll hier. Ganz dunkel, ganz... Da oben liegt doch was. Geld! Das können wir immer gebrauchen. Alles ganz dunkel. Nur der Bildschirm. Und... Oh. Und ein Monster. Zwei Monster? Drei Monster? Wie viele? Da schreit einer. Können wir den vielleicht noch... retten? Helfen? Sind wir hier überhaupt richtig? Ja. Jetzt wieder hier mit der Geisterbahn weiter. Wo führt uns die Reise nun hin? Oh, was ist das denn? Oh, puh. Die Musik hat aufgehört. Das ist... schön. Und jetzt gehen wir hier lang. Wir rennen einfach mal ein bisschen. Bevor hier noch solche Viecher kommen. Hier waren wir glaube ich auch schon. Und wir sind da nicht hier oben lang gegangen. Ach. Wir schauen mal hier... Hier rein. Was? 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 Nein! 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 Scheiße! 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 Nicht gut! Oh nein, 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 nein. Wir gehen... Wir laufen weg. Wir rennen weg. Vielleicht sieht uns das Teil ja nicht. Hallo? Was ist das denn? Oh, guckt euch diese Kreatur mal an. Ja. Okay. Wir müssen da rein. Und wir öffnen die Tür. Komm her, los, komm, komm. Ja, du Feigling. Oh. Oh, 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 oh. Hallo? Nicht knurren, nicht knurren. Wo bist du? Wo bist du? Los, komm, komm. Ja, du Feigling. O, oh, 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 oh. Outro